Yo, ich rival, verdammt, wenn Airbeats machen will, klopft er zwei Stadien zusammen. Behindertes auch! Und irgendein Freund von ihm nimmt das dann auf. Ey, mach mal keine Witze, ich will einen richtigen Gegner. Wo ist denn hier Spritze? Spritze, wo bist du? Yo, mich bettern, das ist kaum möglich. Er will Spritze, ein Gegner auf Augenhöhe. Das wollen wir sehen, denn Dima ist in seinem Kopf immer noch 14. Ja, komm noch an, nach den Bädern bist du aufgewacht. Harte Realität, du bist ein Bro. Ich hingegen bin immer noch ein Top. Du bist doch Dima, ist es echt wahr? Dieses T-Shirt trug Dima hier schon im letzten Jahr. Behindertabang, ey, hat es nicht schon wieder, sondern immer noch ein. Ich bin immer noch, du musst dich am Jungen reden, ich bin nur ein abgewandener Jugendlicher. Er hat 10 Top-Gras ist, was denn auch noch? Und ich sag nur, verdammt, noch mal an, noch mal ein Maul los. Yo, ich bin viel zu Hardcore. Dima wär auch gern Hardcore in der Welt von Knurkator. Yo, du bist schon weak. Vielleicht gewinnst du dann den Grand Prix. Den Grand Prix der Eurovision. Du hingegen fangst immer noch dein Chance rum. Wo ist der Franzose neben? Will ich auch noch mal hören. Hot and not, true, 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 true. Kennst du gesehen, nix mehr mehr. Yo, Dima, du kommst besser nicht her. Dieser Dima ist ein beschissener Schock. Ich weiß, dass ich mich was hört, ey, hab ich gewonnen. Ich glaub nicht, nach diesem Wetter hab ich nicht nur seine Frau gefickt, auch seine Enkel, Kinder, Mann und Tanten. Danach hab ich doch seine Mutter gefickt und seinen Ministrant. Yo, du bist ein Wackerspinner, hab ich richtig verstanden? Du willst Sex mit Kindern? Yo, du kannst es nicht sehen, aber jetzt wirst du unerkannt von den Pülen gehen. Glaub ich nicht, mein Freund, Oliver Hardy. Nach dem Wetter schlägt man mir die Pornoparty. Alle 112 könnten bitte dabei sein. Dima kommt an zwei, Gott hat da noch sein drittes Fein. Yo, du bist arm wie die dritte Welt. Wo soll die Party steigen? Er hat nicht mal ein Zelt. Du bist der bekannteste Falk und seit drei Tagen schläft er hier schon im Schlaf. Boah, die Leute wollen echt krass bringen. Du blöder Mixer. Du blöder Mixer. Nach dem Battle heißt es eins, zwei, drei, weißer Tissach. Müll, lull, lull, du, Rasmurzowski rein in dein Verfingesknie, bitch. Du Mixer. Ey Leute, ihr müsst einfach auf den Flow achten, Dima's Tattik ist. Er will, dass ich mich totlache. Du hast dich schon tot gelacht. Ich hab dich so gelacht. Floh gedacht. Hoho gedacht. Weil es ist ja hier im Spiel um Platz drei, wo wir beide gerappt haben und nur scheiße gerappt haben. Das fandet ihr geil. Ich sag wohl dabei ist immer noch nicht immer der Beste. Wir zahlen, wir zahlen, wir zahlen, wir zahlen, wir zahlen, wir zahlen. Ich kann nicht mehr. Ey Leute, das ist schon herbe und krass. Ich kann nicht mehr. Ich glaub mein Zwerchfeld platzt. Jo, du bist der König der Herzen. Daher kannst du den zweiten Platz verschmerzen. Ey Leute, die weißen Gebäude. Seid ihr Freunde, dann macht auch ein bisschen für mich mehr da, Leute. Okay, 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 okay. Ich kann nicht mehr, Alter. Und wer von euch möchte noch A Cappella von den beiden hören? Dann würde ich sagen, machen wir noch eine Runde. Ich hab vorhin angefangen, du musst jetzt. Okay. Yo, Dima würde auch richtig gerne hart rappen. Was macht ihr? Ey, geht auf dem Splash zum RBA-Treffen. RBA! RBA! Und sagt, ey, das ist voll toll. Aber alle antworten ihm bloß, roffeloll. Notis. Okay, ich bin dran. Du bist. ADX, lass uns hier die Schrapelstunde. Du bist ein Analritter und kriegst der Herrsch in der Tafelrunde. Ich rappe jetzt wie bei Feuer über Deutschland rein. Du hingegen sitzt da und kackst dich an. War jemand bei Feuer über Deutschland frei dabei? Kauf dir DVD. Kauf dir DVD. Yo, 2. Oktober. Ihr wart, ihr habt die DVD noch nicht gesehen, also wartet mal ab. Für die, die es noch nicht wissen, da hat er verkackt. Dima wär ein echter Gangster, aber die Besseren waren der Andra und Emrah. Nein, wirklich jetzt. Ich bin der Rap-Gott. Ich kenn schon sein neuestes Label. Webshop. Da gibt's seine vier Online-EPs zu kaufen für 4.000 Fantasie-Dollar. Dima, ey, 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 ey. Moment. Dima möchte gern der Beste sein und richtet sich nen Sexshop ein bei Second Life. Jetzt hast du Crap Bitch verkackt, weil niemand in den Sexshop kommt, weil er keine Credits mehr hat. Ja, doch jetzt bin ich wieder dran. Der echte Dima. Er spielt World of Warcraft als Nachtballerina. In seiner Gilde sind außerdem noch Zwerge und Elfen. Welfen. Welfen. In meiner Crew sind nur Prinzen und Welfen. Jetzt seht ihr diesen letzten World of Warcraft Punker sterben, denn meine Crew hat Herr Beschwerter, außerdem mehr Angriffsstärke. Du beschissene Tunte, außerdem hat meine Crew wesentlich mehr Geschicklichkeitspunkte. Das ist Dima und seine letzte Schlacht. Hier ist sein Textblatt. Nächste Line von ihm, Text verkackt. Der echte Dima und beste Rapper im Gang war dann nochmal Splash. Habt ihr das gefeuert, jetzt sieben? Okay. Splash, ich frag noch einmal. Das war das Freestyle-Battle-Finale. Hat euch das gefallen? Und noch einmal lernt für alle MCs, die teilgenommen haben. Ich hab noch eine DVD, 3. und 2. Oktober. Ich schmeiß sie weit, ich schmeiß sie, nein ich schmeiß sie nach vorne. Okay. Wer von euch ist für den echten Dima? Wer ist für LDX42? Die Jury schließt sich an. Zweiter Platz, Dima. Erster Platz, LDX42. Feuer über deutsche T-Shirts gibt's bei Rappt hier im Shop. Ich wünsch euch noch viel Spaß, Peakbox-Battle haben wir noch, Splash haben wir noch. Okay, DJ-Defekt. Wer noch mehr Bock auf Freestyle-Battle hat, findet euch im Internet, neben meiner World of Warcraft-Elfengilde, auf myspace.com slash a-d-x-4-2. Viel Spaß noch Splash, danke!